Hallo liebe Freunde und willkommen zurück bei Trouble in Terrorist Town mit den Koten Hottorino, Gorobai, Dalukat, Earlyborn, Nephias, den guten Grans, Fiskrach, Shiro, Good Gaming, Chow Chow, das Bärchen und natürlich der böse Wolf. Freunde ist gelogen. Immer noch besser als ihr kleinen Lobbys, oder? Oh, die war ja an! Fisk hat an! Neck mich! Die war aber scharf! Mann, scheiße, hier war doch keine Kackpackpacke! Alles gut! Order! Nein! Es brennt! Fake regelt heute bei Nephi und mir. War klar, dass ihr Faith habt. Ausgepustet! Wollen wir eine Waffe? Dann ich eine Diegel! Hier hat doch einer gesüffelt, Shigo! Ja, tut mir leid! Ich hab nicht getrunken! Einer in dem Raum hier hat getrunken! Mach die Tür zu! Du bist ja auch überhaupt kein Detektiv, Shigo! Einer hier hat getrunken! Hey! Shigo! Shigo oder Goro? Shigo oder Goro? Goro ist nachträglich reingekommen, wenn dann war es Shigo! Wenn dann einer in dem Raum hat getrunken! Dann war es Shigo! Ich glaube Shigo! Hey, was hat Fisk da gerade gemacht? Oh! Wie, was hab ich gemacht? Ich bin hier runtergelaufen! Tau, tau! Behalt Fisk im Auge bitte! Okay! Lebt Shigo noch? Ja! Ich wär fast aus dem Fenster geflogen, was ich aufgemacht habe! Halt den Müll! Nils hat jemanden getötet! Nein, die war schon da! Nein, nein, die war noch vom letzten Spiel, willst du sagen? Die wollen mich einschließen! Von der letzten Gruppe, die auf der Map gespielt hat! Genau! Wir stellen uns immer an! Die Map ist heute endlich frei geworden! Endlich! Das funktioniert mit der Reinigung nicht mehr! Vita Taubens! Okay, jetzt sind wir mal ein Hardcore abgeschlachtet worden! Oh, das war sogar der Hallo! Vita frei zum Abschluss hat er! Also, das war angestellt! Wer ist eigentlich jetzt ein Taubenzüchter? Fisk of Rails ist ein Tod! Das klang aber so nach dem Berg des Taubenzüchters! Wo war das denn? Wo war das denn? Dann ging es hier einer weg! Wo ein Fass! Und wer ist der Taubenzüchter? Vita! Ey! Sorino, geh weg hier! Sorino, geh weg hier! Oh oh! Sorino! Scheiße! Hallo! Ich hab's verkackt! Ich sperre! Early ist es! Das war so viel! Early! Early ist es! Wo denn? Krieg mich doch! Ich bin schneller als du! Ey! Wo ist Early, Kollege? Unten! Unten! Unten am Häuschen! Ist er tot? Nein! Er lebt noch nie! Der ist tot! Hier unten ist jemand tot! Nein! Ich bin's nicht! Ey! Es ist gut! Alter! Was hab ich dir getan, Vita? Dass du mich so anschießt von hinten! Oh! Ich hab noch eine Leiche gefunden! Was soll das denn hier? Warum ist Shigo denn jetzt getötet worden? Kann man das dann erklären? Mit wem bin ich jetzt alleine? Mit mir, oder? Ach du Scheiße! Dachte Nils wär's auch! Ganz oben ist der Herr! Also ganz oben! Nicht mehr! Alter, halt da noch mehr aus! Was? No! Mapfallen gibt's hier also, okay? Ja! Das wär so witzig, ey! Wenn nur ein paar Leute auf die Map können! Ach du warst das! Aber Vita war's auch, oder? Ich war's auch! Du musst dich da immer für anmelden, auf welcher Map du spielen willst, und dann... Was war das? Du musst dich in so ne... In so ne... Online... Ja, ja! Deswegen haben wir... Aufnahmetermine für TTT müssen flexibel sein! Wurden alle angerufen! Hey, Castle in 2003 ist wieder frei, Leute! Wir stellen uns eigentlich eine Woche davon, damit wir sicher sind! Habt ihr gehört? Nils hat abgesagt! Ein Platz ist frei! Genau! Steht da immer einer, der fragt, wie viele Leute seid ihr? Ja, wir sind 15! Ja, also fallen die und die Maps weg, und ich würde euch die empfehlen! Mit oder ohne Begleitung! Also das System mit den Facebook-Veranstaltungen, das können wir doch auch irgendwie langsam bewahren haben, oder? Absolut! Das wär auch... Bei dauernd sagen die Leute zu, und sind sie nicht da! Oh! Tau, Tau! Tau, Tau! Au! Ja! Tau, Tau, ich will dir aber nen Traitorgang zeigen! Warum? Er wird geschossen! Warum machst du das? Gelegen die Leiche da noch wegen schulden! Oh Gott, er ist um... Du hast ihn... Du darfst doch die Leiche nicht bewegen! Er hat dir das Gemick gebrochen! Du darfst die Leiche nicht bewegen! Du weißt, dass ich die halt nicht kenne, und das ist für wahre Müssen, oder? Der ist geil, oder? Oh! Ego, du magst es auch! Hier am Linken! Alter! Nicht dahin gehen, Tau, Tau! Leck die Leiche bei euch alle! Ja, ja, wenn du drüber läufst, leck die hier! Alter, ich geh nach Hause, ey! Hier ist ein Mord passiert! Hier wird geschossen! Was hast du? Hinterher! War das dieser Zander? Hier ist, geht weg, nicht Zander, das war... hier, Good Gaming war das... Ey, ey! Es ist! Es ist Samma... Wer ist es? Der Fußballspieler! Was ist das hier als... Wäre das denn Klazmo gewesen, wärst du so tot gewesen, Goro... Hier, C4, raus, 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 raus! Vita! Vita ist es! C4 Leute, raus hier! Vita ist es! Er ist da rechts in den Raum Er kommt hinten wieder raus beim Grab, beim Grab, beim Grab, beim Grab... Geh rüber, ey, ich geh rüber! Er ist runtergegangen, 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 er ist runtergegangen hier, ich geh vor, Leute, ist hier ne Falle, weiß das einer, nein, hier ist ne Falle, TNT fest um die Ecke, warte, hat er denn ne Brand, ey, nicht mich erschießen, Arli, hab ihn, Arli, was hast du gewopft, nein, scheiße, Arli, ach so, sind die weg, sehr gut, weiter, 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 hier ist er nicht, er muss da sein, Hey, was, da ist es, da ist ne Falle auf jeden Fall, wo ist die Falle, er lag neben dir, was soll das, ist total unhöflich, ist das hier die Falle, wen suchen wir eigentlich, Vita, da ist die Falle, Dalu, hier, wo, dann ist es wieder ein TNT Fall, Achtung, TNT, Nefi ist es, er schießt auf Arli, Nefi, 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 oh, krass, hast du ihn, hast du ihn, da hinten ist der Detective, hä, irgendjemand schießt auf den, Detektiv, wer ist der Detektiv, lebt noch, Detektiv ist der einzige, ist es Nefi, Hotter, ja, er hat mich auf mich geschossen, okay, hab ihn, hör, er war ihm noch, Oh, Leute, ey, oh, ne, Grants wurde es wirklich ein reiner Traitor, Nefi, warum hast du auf mich geschossen, nein, nein, ich hab nicht auf dich geschossen, Hotter, das war Grants, getarnt als ich, Scheiße, ich bin so schlecht in dem Scheißspiel, Da haben wir alle Vita, aber wir haben da so ne geile Mission, zu dritt haben wir Vita verfolgt, Jaja, den Vita, der auf einmal Grants wurde, ey, Also wenn Vita da gewesen wäre, hätten wir gehabt, ey, Den hätten wir gehabt, ey, Ey, ist das gemein, in diesem Gang liegt mir Saut auf, ich hätte die so gern, Ja, du darfst du nicht verdient, let den ab, let den ab, Ey, Grants, schnapp sie dir, Ja, doch, wenn ich es jetzt werde, ist Fisk tot, Leute, Okay, war, Fisk ist tot, Ich hab grad nen Toggepi gehört, ja, Geranko, Ich geh selbst rein, Nalu verfolgt die Detective, Mit ner Smoke, Gong, Ne locate, Oooo, Ich hab ne Explosions Ich hab ne Explosions Ich hab ne Explosions Napi, was willst du, dass ich dich räche, Ist das die Wahrheit Ich hab einen Explosionsplatz in ner... Ey, wer schmeißt den? Wotten haben wir geschossen? Nein, hab ich nicht. Hat er. What is it? Du hast geschossen. Hast du das? Nein, hab ich wirklich nicht. Natürlich. Die scheiß Disco! Niki Dallu! Ey, ich bin doch von der Disco gestoppt. Nein, ich war an dir dran. Ich war an dir dran. Irgendjemand wollte mich mit einem Disco killen. Oh nein. Oh, wer hat die geworfen? Hast du die geworfen? Nein, ich glaube hier oben war bei mir irgendwie... Du hast gerade mit einer Schachtgang auf einen runter geschossen. Ich habe auf die exklusiven Fässer geschossen. Niko! Da war jemand. Niko ist es. Ey, Vita ist es! Er schießt auf den Detektiv! Scheiße! Ah, Vita! Alter, ey. Geh da weg, Renz! Achtung! Lebst du noch? Ja. Moment! Ach nein! Wen hast du jetzt erschossen? Shigo ist es. Ich habe Vita erschossen. Shigo ist es. War Goros letzter Wunsch auf jeden Fall. Ich habe den Gedanken, dass wir nur noch zu zweit sind. Kann das sein? Nö. Ne, Fisk lebt auch noch. Okay. Nicht schießen wir doch... Nein, Renz, hau doch auf, ey! Ich muss überhaupt nicht... Shigo! Unten! Renz, komm her! Komm her schnell! Komm nochmal hoch! Und dann? Du musst mich schubsen! Oh! Oh, fuck! Oh, lecker! Ich wollte, dass du mich da oben wunderschubst. Und dann wollte ich in der Luft mit der Shotgun schießen. Aber da kam die Taume zuvor! Das mit Early war so gut. Das war eine Scheiße. Und auf einmal hält er mir das ins Gesicht. Da haben wir das nicht auf dich geschossen, Early. Da haben wir Nefi geholt, ey. Beziehungsweise nicht geholt. Ich hab Nefi geholt. Angeschossen. Nein, nein, wir erzählen eine alte Herr-de-Ringe-Geschichte. Ja, hast du das? Nee, da hast du mich aber nicht getroffen. Genau. Das ist genauso wie damals, als hier Gimbi von Aragon... Goro, sammeln mir eine Waffe dafür. ...geworfen wurde. Das haben wir nachgestellt. Ja. Ja, ich bin ja wegen dir... ...bin ich ja hier... Wer hat eigentlich die Disco auf dem Dach geworfen? Ich glaub, das war ein Inno, oder? Ey, das war keine Disco. Ich. Das war ich. Nein, das war nach... Bevor die Heizung... Ich hab eine für dich. Sorry. Wo denn? Oh, wer hat mich denn da oben angezündet? Kann ich so nicht sagen. Das könnte ich gewesen sein. Ach, du bist ein Kollege. Kollege? Nein, was da hoch. Ach so. Oh, tut mir leid. Ich töte ihn jetzt, okay? Sag ich doch. Seht ihr der erste Fehler? Ich sprich schon mal frei. Schon der erste Fehler. Ich sprich schon mal frei. Ich sprich schon mal frei. Schon der erste Fehler. Hey, was musst du hier machen? Ich. Er hat Dalu angepinkelt. Ah. Wo steht, dass das nicht erlaubt ist? Widerlich. Ja. Interessant. Hey! Wer hat die Disco geschmussen? Das war ich. Das war ich. Ich würde hier in den Baum reingeflogen, sonst wäre ich tot. Also du bist verdächtig. Ich bin aber Detective. Ja und? Du bist komplett egal. Rance, ich glaub du bist sehr verdächtig. Okay. Goro frei zum Abschluss. Bleib geschmeidig. Bleib doch selbst geschmeidig. Hodda will mit Props töten. Hä? Das können wir schon lange. Was du kannst, kann ich schon lange. Ja, Hodda schmeißt mit Props. Hoppa. Weta, was war das? Bam. Hat irgendwer getroffen. Weta hat wieder eine Heilige geschmissen. Wow! Pack das Fass weg. Jetzt. Mach er nichts. Er schießt einer von oben. Da hat einer gefloppert. Ihr Snipert auch einer mit einer Silent. Was ist hier los? Oh ne. Das ist Goro. Äh nicht Goro. Wie heißt er? Franz. Ich heiße nicht. Der andere. Oh. Da kam Baby. Lauf. Sieg du wieder. Danke. Ey da. Warte mal wer. Das gibt's noch nicht. Halt, stopp. Ah. Da oben hat auch einer eben. Okay. Franz? Ja ich hab mich an der Fackel hier. Aua. Aber er hatte den Baby Launcher noch. Das kann nicht von ihm gewesen sein. Das muss ein anderer geschossen haben. Dann war es Nils. Ja einer hat Fisk mit dem Baby gekillt. So dann hab ich da. Dann bin ich da hingegangen wo das Baby her kam und hab direkt Tau Tau erschossen. Ja. Aber der hatte auch einen Baby Launcher und da ist noch ein Schuss drin. Das heißt er hat ja nicht abgeschossen. Schieß auf Nils damit. Das muss Dalu sein weil er den Fall noch nicht gelöst hat. Ja weil. Schigo lass mich mal durch hier. Ich kann nur einmal nach. Was mit dem Schleim bringt nichts mehr. Du warst schon so lange nicht mehr da. Chill mal selbst Schigo. Chill mal selbst. Chill mal deine Baris Junge. Warte ich Nilo. Geh du mal weg hier. Nein. Ich hab einen Traitor gekillt. Wie ist die Lage? Nein. 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 So. Wisst ihr was? Fisk hat sich nämlich jetzt erstmal umgekackt. Popstar. Ist die dann mit dran? Oh die war von Nils. Die war von Nils. Nils ist es. Nils ist es. Nils ist es. Ich hab Fisk wiederbelebt Leute. Franz wo bist du erst. Ey. Scheiße. Ich seh nix mehr. Da wurde noch ein Baby geworfen. Hilf mir doch jetzt. Noob Alter. Was ist mit dir denn? Wo sind die denn? Early. Ich hab Angst da hoch zu gehen. Early geh da hoch jetzt. Ich hab Angst da hoch jetzt. Early geh da hoch. Early boi. Ich hab Angst. Geh da hoch. Ich geh da hoch jetzt. Andes, dass da hoch geht. Ich geh auf. Witz geh hoch. Early. Du bist so ein Schisserer. Ich werd tot. Hier. Ich hab's geregelt ey. Jetzt geh da hoch. Ohne Vitas und Dalles Hilfe. Und dasstt Erde. Du bist so ein Schisserer. Geh hoch da jetzt. Ich will nicht alleine. Goro kannst du noch ein Defi kaufen? Warte. Geh hoch. Du könntest nur Fisk oder Hotta, oder ist Early auch safe? Oder Vita? Goro, ist Early safe? Dann Hotta oder Fisk? Early ist hier der verdächtigste. Achso, okay. Ich hab's schon. Das zielt auch mit der Magie nicht. Nee, kann ich nicht. Doch, ich hab den Predator. Wer schießt denn da mit der Diegel oder was auch immer? Warte, wen soll ich beleben? Vita. Mein persönlicher Wunsch. Dein persönlicher Wunsch? Ja. Okay. Weil der ist hier todesmutig hochgegangen. Das ist ne coole Sache. Er nickt. Er nickt. Ja, hier wurde im Übrigen ein E geschrieben, wenn ich das richtig seh. Ein E? Ja. Da ist keiner mehr mit G. Es muss nicht los. Early, Vorsicht, ich fall runter! Early! Early! Nein! Ich... 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 Ich hatte Early aufm Boden geschrieben, dann erschießt Fisk mich, ich dachte so WTF, ey, was soll ich... Ich kann doch nichts sagen. Moment, woher wusstest du das? Ich... Weil ich tot war und den zugeguckt hab. Ja, woher wusstest du das? Ja, woher wusstest du das? Ja, stand dir auf... Stand dir fast auf die Stirn tätowiert. Hast du den ich getrunken hab oder wie ich den jetzt hier getrunken hab? Oh Gott! Weg vom Fass! Weg vom Fass! Ja, ja, leck dich am Arsch hier. Oh, ich wollt grad auf Fisk schießen, aber da fehlen wir auch drauf. Ey, jemand hat grad das Fass gesprengt. Mama. Jesus! Vorsicht, weg vom Fass! Jo, man hat mir geschossen, Fisk hier! Oh nein! Dalu hast du getrunken! Aber hier ist alle tot! Nein! Dann hat Orterino getrunken! Hier ist alle tot! Ah, Dalu so los! Orterino! Ganz dünnes, ganz dünnes Eis, mein Freund! Ganz dünnes Eis! Oh, nur ein bisschen! Wenn Early schon sagt, dass es dünnes Eis ist, dann ist das richtig... Weil Early hat Angst, random kill zu sein! Goro kann's nicht sein! Goro ist nicht! Wieso bin ich safe? Weil Nifil tot ist! Wo ist Nils? Aber Goro hat mich angerippt! Und Eis Eisboster hat grade geshofft! Fuck! Ist das verboten? Ja! Shop, shop, baby! Damm, 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 damm! Gibt's den Botz da zu kaufen, ha? Gibt richtig viel Aufwand! Wer hat hier... einer der hat auf mich geschossen! Nein, nein, ich hab versucht, hier das Riemen wegzuschießen! Das war bei uns Gaming! Das war bei uns Gaming! Das war bei uns Gaming, der hat geschossen! Ich hab mich grad gefragt, worauf er schießt die Oma! Hey, wer schlägt mich? Ich hab grad überlegt, warum ihr Fässer kaputt geht! Es ist Hotter! Es ist Hotter! Es ist der da oben! Es ist Hotter und Shigo auch! Auf jeden Fall Shigo auch! Mein Spiel ist kaputt! Du wolltest doch grad auf mich schießen, Nils! Was? Du wolltest doch grad... Du hast doch nach Free-Six, du hattest runtergesprungen! Ich dachte, du möchtest jetzt mich töten! Warte, ich komm mal raus! Nein, ich hab ihn runtergeschlagen! Weil ich dachte, er hat auf dich geschossen, Dalu! Wo ist dann der Detektiv? Fisk ist... Ey, braun! Nicht mich tot! Okay! Ne, Rance ist tot! Ich hab ihn runtergeschlagen, weil ich dachte, er hat auf dich geschossen! Wieso bist du denn? Ja, und dann hat er noch einen Free-Sixty versucht! Ich dachte, er wird mich hier umbringen! Er ist runtergeflogen, weil... Er ist runtergeflogen, weil... Er ist runtergeflogen, weil... Ich hab doch hier den! Aber... Und ich komm nicht von den Freitleitern weg! Ich hab keinen Plan! Hast du nix zum Heiligen? Nee, ey! Ich höre die Tasse! Und ich darf mich wiederbeleben! Aber Peter, pass auf! Hä? 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 Wo bist du? Guck mal! Ich hab... Grants lebt noch! Grants ist bewusstlos! Ja, wo bist du jetzt? Ey, Grants... Grants, wenn jemand reinkommt, dann... In den dunklen Gang! Leute, hier liegt Grants! Ich hab Grants! Nein, ich lebt noch! Ich bin hier bei Goro! Hier! Ich hab deine Leiche! Dann schürt ihr den! Wer? Nein, der liegt hier! Ich hab die Leiche! Ich hab die Leiche! Ich lauf mit der rum und da steht... Da, du lebst du noch? Warnet! Ich lebe noch! Aber ich seh Early nicht! Äh, Goro, wo seid ihr denn? Komm nach unten! Wo... Ich kann... Wo seid ihr denn? Warte, wir haben... Ich bin hier, wo der Raum ist! Ich hab' dich zu der Leiche von Hotter! Ah, verdammte... Oben! Bitte nicht Dalus dann! Das ist die Leiche von Good Gaming! Aber wenn wir Aschik... Das ist die Leiche von Good Gaming! Okay, dann killen wir ihn! Okay, mach direkt! Wir haben echt nix mehr zu verlieren, ey! Ich steh' mich hier hin! Ja, dann sieht der mich nicht zuerst! Wir wollten mich also erschießen, wenn ich reinkomm! Nein, dich nicht! Die anderen! Oh! Der darf rein! Ich werd' fast geschossen! Sauber! Bewacht die Tür, Goro! Haben die Hotter gekillt, oder was? Ja, kannst auch DNA nehmen! Hier, falls du kein DNA-Szenar mehr hast! Hier! Ich denk' alles! Nur keine Eilung! Goro, behalt die Tür... Oh Gott, du kannst doch nicht die... Da! Kommt, Alter! Kommt! 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 Ihr habt einen umgebracht! Da war doch... Da war doch das Hauptsperrband! Ja eben! Das ist ein Chart-On hier! Da sitzt uns im Bunker! Da kommt keiner rein! Wir haben wieder hier zwei! Was? Dalu ist Detectil! Warum tötet ihr dann Leute? Ja, wenn wir gesagt haben, hier läuft keiner rein! Goro, heilst du dich jetzt mal bitte? Achso! Ich dachte, du warst nicht fertig! Hä? Ich bin schon... Warum kann ich Early nicht confirm? Das ist ne Fake-Leiche vielleicht! I don't be like this! Ne, der ist schon konfirm! Er hat gesagt, du bist blöd! Oh! Oh! Wow! Nicht schlecht! Aber ich habe einen Flopper gehabt! Er kam mit einem Tauben um die Ecke gerannt! Mieter! Wär Wieter, ne? Ja, und ich hatte aber einen Flopper! Er hat dir direkt ins Gesicht gerannt! Der Taubenzüchter! Schmeckt nach Feder, ey! Der alte Taubenzüchter ist geil! Warum stehst du direkt vor der Tür und nicht weiter hinten? Ich wollte gerade rausrennen! Nils, ich dachte, wen wolltest du den 360 angreifen? Ich wollte überhaupt... Ich habe das nur gesagt! Ich wollte keinen 360 machen! Wurde dann geschubst und habe dann aber noch geschossen, wollte ich eh schon... Ja, dann dachte ich, du wolltest mich mit dem 360 machen! Dann habe ich gesagt, der da oben ist Shader und du hast mich sofort gekillt! Ja, wenn du dann einen 360 machen willst! Ich wollte ihn ja nicht machen! Ich wurde gezwungen! Sorry! Ja, nee, sorry! Ja, nee, sorry! Ja, nee, sorry! Ja, nee, sorry! Oh Gott, aus Versehen! Du bist auch so ein Spandau Ballett, ey! Spandau Ballett Gold! Spandau Ballett Gold! Spandau Ballett! Spandau Ballett! Ich habe mich gefragt, wisst ihr eigentlich, wie das wirklich heißt? Oder... Also! Spandau Ballett ist ja die Band, und Gold ist das... Bando Ballet! Ja, Gold! Alter! Ich habe hier schon gestorben! Ehrlich Boy? Dalu? Ja, ich bin tot, Dalu. Unsere Zimmerklinz! Vita? Was? Ich habe einen gefunden! Oh Gott, ey! Oh Gott, ey! Hast du da einen Classic Nephi gemacht hier? Das haben wir jetzt eine Aufgabe geschafft. Ey, Dalu kommt hier auf einmal! Sehr verdächtig! Sehr verdächtig! Alter! Was ist es möglich? Oh, hier! Shiro hat hier Feu gelegt! Nein, das ist meine... Shiro! Ja, da kann ich ja nichts für! Goro jetzt tun! Du hast doch hier eine Disco geworfen! Goro ist da! Aber ich muss dir jetzt an eine Brand! Oh, das ist der Hit! Bist du Goro sein? Schalt Goro ein! Einer hat totter gekillt und hat seinen DNA-Scanner mitgenommen, ey! Das war Shiro! Hä? Ich habe doch keinen DNA-Scanner! Scanner! Kein DNA-Scanner! Wer hat den denn hier eingepackt, ey! Das ist doch kacke! Die meisten lassen den liegen! Das ist immer voll lieb! Ey, Goro hat eine Brand auf mich geworfen! Oh, da rastet aus! Er war besessen! Dalu! Was hast du für eine Primärwaffe? Äh, sort of! Ja, dann... Kann ich! Er hat's auch gezeigt für deine Primärwaffe! Okay, jetzt wirklich, sort of! Sag ihm doch, er soll sie wegschmeißen! Ja, hier ist eine normale Stadt gar nicht schon gut! Chigo! Chigo! Okay, Chigo! Es ist wirklich Chigo! Goro, komm runter! Ich bin da, ich bin da! Ich sterbe! Oh mein Gott! Easy going, Chigo! Goro ist es auch, oder? Nein, nein, nein! Ey, Goro! Nein, entspann dich mal! Oh, im Shoppen, er will ich spannender euch! Ich will mich auch noch nicht entspann dich verkrampfen! Fiss gesetzt! Ist Goro verdächtig? Ja! Ist Goro verdächtig? Und der dritte ist Nephi! Das ist der Fall gelöst! Nephi schießt! Nephi schießt! Nephi schießt! Nephi ist tot! Nur noch, ähm... Fisk! Da ist einer gestorben! Dalu ist gestorben! Ey, was hat ihn erwischt? Ich weiß nicht! Oh! Ich glaube, ich weiß nicht! Nee! Du tot, Goro? Ich dachte, ich wusste, dass ich gefädelte! Ach, Dalu ist in den Friendship Beam! Ja! Ja! Damit ihr denkt, das war ein anderer! Ja! Alles klar! Ich wollte doch deine Hand halten! Nephi, warum bist du eskaliert? Weil ich dachte, ich krieg dich noch, aber ich hab dich nicht mehr gesehen im Feuer und er war vorbei! Oh! So unbändige Wut in seinem Mann! Oh! Nephi! Ich hätte doch eigentlich mit dem Baby schießen sollen und nicht mit dem Baby schießen! Kalt! Ja, also wenn du mich killen gehst, solltest du immer auf Nummer 6 reingehen! Ich hab Explosionswasser bei Lauf, Detective! Äh, ich war schon lange weg, ey! Ey, tausch mal kurz! Stell dich mal neben das Fass und dann machen wir ein Foto, okay? Ey, das war so geil mit Kapuze! Selfie! Mit Kapuze kann man sowas machen mit dem Selfie, ey! But first, let me take a selfie! Kapuze? Aber Kapuze will auch immer mehr Selfies haben! Ey, die Disco sind immer auf dem Dach, ne? Ja! Egal! Heute hast du gesehen, das war... Ja, egal, ey! Ey, jetzt wirft schon wieder einer mit dem Disco auf mich! Alter! Ey! Nefi, hast du getrunken? Vielleicht! Ich weiß aber nicht wo! Boss, hast du getrunken? Mann! Du ihn gekillt? War das deine? Fisk, ey? Fisk eskaliert hier mit Granaten, ey! Fisk eskaliert, ey! Oh, Nefi, wo kommst du denn her? Oh, Nefi, wo kommst du denn her? Ich steh die ganze Zeit schon hier! Oh, Nefi, was ist denn da? raus nach dem balkon habe ihn habe ich habe ihn habe ich habe ihn nicht ich bin nicht identifiziere ich habe alles angeguckt hast du ja alles im shop angeguckt guck mal im balkon unten ist ein taube nicht runter gucken am balkon nein ich bin dort hallo ich glaube da louis tracer achten er kommt hinter dir scheibe hallo oh nice warum schießt ihr auf mich early ich will da wen sehen was soll ich denn da machen war das jetzt bei dir den haben wir ich denke mir doch geil schießt ihr den headcrap schießt ihr den headcrap was machst du springst da rein ich habe ihn sogar in der luft noch mit der diegel getroffen ich bin erst gestorben als der frage den haben wir fertig gemacht krass ich hätte noch fade gekauft meine frag grenade war auch super auf dem balkon vor allem die taube war gut ich stehe auf dem balkon und krieg so eine taube oben auf dem kopf ich so hä guck so hoch sitzen die beiden tauben da oben weißt du schlechte taube haben wir noch hinterher geschwungen so scheiße hat nicht geklappt ich bin da ist connect im granada ist hier oben tau tau war da und Söffelt mehr, hier unten söffelt ihr Nefi. Nefi! 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 Ich glaube es war Nefi. Ne, wenn die den Taktivs jetzt nicht gesoffen haben, war das echt ein Traitor? Ja, du wusst ja. Nein, ich war das nicht. Nefi hat mich zugegeben. Gwenz ist in dem Moment da mir vorbeigelaufen. Der ist die Taktiv, stellst du das in Frage? Ja. Das hier nicht erlaubt. Goro, Goro, lass mal die Sachen da. Was? Hast du hier drin im Rucksack? Nur die billigen Sachen in den Ofen. Was war das denn? Was war das? Goro, pack alles rein. Ich komm hier wieder, hier auf andere Seite bitte. Goro, pack alles rein in den Ofen. Goro, alles muss raus. Wo bist du? Goro, ne? Alles, ne Goro? Ja, Goro, alles muss raus. Ach so. Warte, ich krieg's zurück. Es ist der verwunderte Goro bei, Leute. Goro, ne? Goro, ne? Goro, ne? Was ist raus, Goro? Also, ich krieg zwei Goros auf der Map. Ah, du! Du was, was? Was willst du von mir? Goro, wo bist du? Das heißt, Goro ist safe. Was willst du? Das heißt, Goro ist fucking safe. Ich hab ne Harpune, Leute, und ich setz die alte. Goro frei zum Abschuss. Boah, hier ist ja ne Lücke. Hier kann mich einer heilen. Ich bin weg hier. Willst du ein Duell? Ey, der geht durch den Traitorgang! Genau. Aber echt? Ich geh weg mit Baby. Au, jetzt hab ich noch mal Schaden gekriegt. Ihr lasst mich abversterben. Doro, bist du safe? Ja, ich hab mal weg. Er hat Lalo getötet, ja. Nimm das. Nimm das. Baby, Baby! Ist das eine Spassel, Alter? Jetzt hängen sie mir an. Den spieß ich ja auch wieder. Hängen sie mir an, Goro. Was? Hängen sie mir an. Wieso das, Sam? Mach einfach! Hängen sie mir an? What the fuck? Ich schneid dich ab sonst. Tun! Goro frei zum Abschluss, wenn er's nicht macht. Nein! Wo ist Nephi? So tot? Wo ist Nephi? Wo ist er geflogen? Oder ist Bad Ringer wahrscheinlich? Neck. Ist das Fisk, oder? Ne, hier läuft noch einer. Ich glaub, Nephi's Leiche wurde wappnisiert. Gaming mit der Hapune? Toro ist auf jeden Fall safe. Ich hab Nils mit der Hapune... Scheiße! Oh mein Gott! Shigo, Shigo ist es! Shigo! Shigo! Hä, wieso buggt hier was? Shigo, zeig dich noch mal. Du Bugs! Das war Gaby's Mod. Ah, schade. Nephi, du warst es, oder? Nein! Ich war Inno! Bis zum nächsten Mal, Leute! Tschau! Tschau!